Du droppst deine Munition, deine Waffen, deine Westen und dein Walachlava. Soll ich dir jetzt noch was erklären? Wollt wir vielleicht A, B, C, D nochmal durchgehen? Drop mal alles jetzt. Ja, nein. Ja, ha. Schild auf Leben, ja. Ich guck dir jetzt nochmal in deine Tasche, weil du mir so lange brauchst. Du droppst jetzt immer noch deine Waffen. Schnell. Um auf Berg, um auf Berg. Um auf Berg. Ich schluss grad gar nichts mehr. Kosch, ich lass dich nie wieder fahren, ne? Nie wieder. Halt dich, Kosch. Ja, ich licht, hoch. Ja, warte, warte. Gut. Aber ist es so, ich nochmal? Ich hab noch, warte. Wollt die Matthäser nicht, oder was? Lass mal den los.